Wird Ihnen präsentiert von Die Joyeux Mein Pool Frau Horn, hier sind wir so ein bisschen bei Playmobil in der Mädchen-Ecke gelandet, ne? Ganz genau. Mädchenthema 7 Plus. Hier dreht sich alles um beste Freundinnen, die in verschiedene Traumwelten reisen. Wir haben für die Everdreamers eine Box entwickelt, die sich in verschiedenen Schritten öffnen lässt. Wir nehmen einmal die Außenverpackung ab und haben hier ein wunderschönes Buch, das sich hier nochmal öffnen lässt und verschiedene Boxen in sich hat. Und hier nochmal zwei verschiedene Fächer mit Accessoires. Also das Auspacken wird schon spannend und was ist dann drin? Ganz genau. Es ist einmal eine Figur drin mit einer Sammelkarte, einem Sticker, verschiedenen Accessoires, einem Tier, das in jede Welt mitreißt und nochmal ein Armband mit verschiedenen Anhängern. Okay, das heißt also, möglichst viele echte Freundinnen sollen dann diese Playmobil-Freundinnen sammeln, tauschen. Ganz genau. Das ganze Konzept geht um Sammeln, Auspacken, Überraschen und damit ich ein Freundschaftsarmband mit meinen Freundinnen teilen kann. Ah ja, okay. Und Sie sind Designerin, das heißt, Sie haben das miterfunden? Genau. Ich war mit einem großen Team natürlich als Designerin bei dem Projekt tätig und habe die Figuren mitentwickelt und die Gestaltung der Grafik und die Farben mitdesignet. Toll. Spannende Sache für kleine Mädchen. Vielen Dank. Sehr gerne. Wurde Ihnen präsentiert von Juhu! Die Joyeux. Mein Pool.